Hallo Leute! Heute präsentiere ich euch Crazy Ways 2, wie die Mauer wirklich fiel, in diesem Fall wieder meine 4-Filme-Box, ja, worum geht es in Crazy Ways 2, es geht um die junge Jenny Ecker, die im Jahre 1989, kurz bevor die Mauer fiel, sich in einen Ostberliner verliebt und dann zu ihm will, ihr Vater ist davon nicht begeistert und versucht sie aufzuhalten, doch sie kann entkommen und nun setzt er eine Belohnung auf sie aus, was alle möglichen skurrilen Leute darauf bringt, sie zu verfolgen, da er eine Millionen Deutsche Mark drauf aussetzt, sie zu fangen, kann sie ihre Liebe verwirklichen oder wird ihr Vater sie wieder einfangen, Das erfahrt ihr in Crazy Ways 2, wie die Mauer wirklich fiel, ja, komm, machen wir es einfach schnell, der Film ist einfach scheiße, ja, der Film ist von 2004, ist aus Deutschland, ist ein Action-Thriller, ich weiß jetzt nicht warum, Action-Komödie würde ich den geben, aber Thriller, also keine Ahnung, wie die immer darauf kommen, Länge ist 90 Minuten und hat ein FSK von 6, Budget konnte ich jetzt nichts zu finden, zu dem Film ist sowieso überhaupt nicht viel, das IMDb-Rating ist 2,7, also noch schlechter als der erste, und man kann ihn nur kaufen oder leihen, oder halt in der Box, weiß ich nicht, warum man das tun sollte, ähm, ja, zu den Schauspielern, wir haben erstmal die Wiederkehrer, die auch im ersten Teil schon bei, äh, sind, beziehungsweise auch in den anderen zwei auch noch dabei sind, da wäre Kati Karrenbauer, Dirk Bach, Ottfried Fischer und die beiden, äh, Leute von Mundstuhl sind in allen Teilen mit dabei, aber wir haben in, äh, in den, äh, haben neue Charaktere auch noch, zum Beispiel Wolke Hegenbart aus Mein Leben und ich, die, und die Camper, was man nicht verwechseln sollte mit dem Robin Williams Film, die Chaos Camper, äh, wir haben Manuel Witting aus, zum Beispiel, äh, Tom Turbo, der Film, hab ich jetzt auch noch nie was von gehört, Wir haben Ingrid Steger, die aus Klim Bim, ist ein 70er Jahre Serie, und aus einem Film, der lüsterne Türke von 71, also, Filme waren damals wild, oder? Ja, wir haben Michael Schafrath, Michaela Schafrath, die aus eher erwachsenen Filmen bekannt ist, wenn ihr wisst, was ich meine, äh, Dann haben wir noch Otto Walges, der natürlich aus den Otto-Filmen und den Ollifanten bekannt ist, Wir haben Michael Brandner, der aus Siegfried bekannt ist, den hab ich sogar hier, Bitte, bitte frag mich nicht, ob ich den mach, Nee, aber der ist, der ist, glaub ich, sogar noch schlechter, Ich weiß jetzt nicht, dass einem die B-Rating von dem, aber man gefühlt ist ja sogar noch schlimmer, Und natürlich war ja bei, Kein Bund fürs Leben, den hab ich leider nicht da, ich hab nur die Hülle, Irgendwie ist mir die DVD abhanden gekommen, Aber den würd ich sogar noch machen, der ist ganz lustig, Äh, wir haben Martin Schneider, was ein Stand-Up-Komiker ist, Wir haben Johann König, ebenfalls Komiker, Uwe Steimle aus GoTruppyGo2, Dann haben wir noch zwei Cameos, Wir haben Roberto Blanco in einer Cameo und Daniel Kübelböck, Wem das noch was sagt, Ja, die kommen halt beide eher kurz vor, Ja, es gibt nichts zu dem Film, es gibt absolut nichts, Keine großen Infos oder so, Irgendwelche interessanten Geschichten, die ich euch dazu erzählen kann, Außer, dass der Film halt nicht so prall ist, Ich finde ihn, semi-unterhaltsam, Aber empfehlen würde ich ihn jetzt auch keine, Vor allem, Der ist teilweise gedubbt, Also die Stimme wird drübergelegt, Vor allem bei Michaela Schafrath, Klingt sie immer, Als ob sie gedubbt wäre, Als ob das nicht, äh, Live aufgelöst ist, Was ein bisschen komisch ist, Und es kommt auch ein bisschen komisch vor, Wenn der Charakter gerade gesprochen hat, Und im Bild ist, Und dann auf einmal nicht mehr im Bild ist, Und das Dubbing kommt, Weil die Tonqualität sich unterscheidet, Was echt seltsam ist, Die Die visuelle Qualität des Films Auch von Szene zu Szene unterschiedlich, Mal etwas besser, So DVD-Qualität, Ist ja auch eine DVD, Und dann wieder, Kassette vielleicht, Also so richtig schlechte Qualität, Ich weiß nicht, Was da los ist, Es ist ein RTL-Film, Also ja, Ja, Würde ich den Film jemandem empfehlen, Ich glaube eher nicht, Ob ich ihn mir nochmal angucken würde, Ich weiß es nicht, Er ist, Ich fand ihn unterhaltsam, Weil er durchaus dumme Witze hat, Aber, 90 Minuten ist schon, Ist schon echt lang, Für diesen Film, Da auch die Prämisse eher, Seicht ist, Also, Ja, Wenn ihr den Film gucken könnt, Oder irgendwas anderes, Guckt was anderes, Ganz ehrlich, Hoffentlich seid neugierig, Aber ich würd's euch selbst dann nicht empfehlen, Ja, Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Und tschüss, Oh, Okay, Du tust nicht, Bitte? Nicht an dem Heselt, Oh nein, Nicht schon wieder, Na toll, Du hier ist noch ein Schalter, Bitte nicht, Funktioniert doch, Was suchen Sie hier, Da sind Sie, Agenten, Mörder, Verbrecher, Aus mir kriegen Sie nichts raus, Ich schweige wie ein Grab, Schön Sie zu sehen, Was kann ich für Sie tun? Sagen Sie nichts, Sagen Sie nichts, Ihr seid vom Klassenfeind, Haha, Ihr wollt alles über mein Geheimlabor erfahren, Aber ich schweige, Ich bleibe stumm, Hier, Diesen Zauberwürfel, Den hab ich selbst erfunden, Schaut euch die Tür mal leeren, Kommt doch mal her, Kommt mal her, Oder, Die Kugelsitzmatte, Mein Erfindung, Absolut Unnütz, Ist nur dazu da, Damit Sie sich im Westen zu Tode amüsieren, Schiech, 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 Das habt ihr alles hier im Osten erfunden? Nicht nur das, Auch den Flockateteppich, Aber warum ich den erfunden habe, Das werde ich nie verraten, Das ist Staatsgeheimnis, Das müsst ihr aus mir herausprühen, Aua, Ah, Oh, Ah, Es reicht, Es reicht, Ich hab mich überzeugt, In Millionen bundesdeutscher Haushalte ist er der ideale Nährboden für biologische Kriegsführung. Und ich spüre es an mir selber, es funktioniert. Und was ist da drunter? Das ist das allergeheimste geheime Geheimnis. Das verrate ich nur unter Folter. So ist gut. Den werden wir der Firma Porsche unterjubeln. Das ruiniert sie bestimmt, denn wir haben ja schon ein Geländewagen der Firma Porsche. Wahnsinn, zu welchen technischen Leistungen die hier im Osten fähig sind. Können wir es dir mal ausleihen? Seid ihr wahnsinnig nur über meine Leiche. Dann müsst ihr mich umbringen. Oder ich muss euch umbringen. Hier, aber macht bitte keine Katze dran. Hey, ich habe noch was erfunden. Das neue Kultgetränk. WOG, WOG, Wasser ohne Geschwack. Sieht nach nichts aus. Schmeckt nach nichts, ist aber so sau teuer. Oh mein Gott. Was habe ich getan? Was habe ich getan? Was habe ich getan? Was habe ich getan? Vielen Dank.